Was am Anfang das Spiel begann ist bitterer Ernst Der Untergang ist schon zum Greifen nah, wir müssen uns wärmen Sobald die Werbung ist unser Ziel, niemand der uns verschenkt Ist das einzigste was zählt, nur noch euer Talent Ob es Fliegen ist oder eure große Vision Der Schritt zum Super Saiyajin ohne Komplikation All die Großen brauchen viel Geduld um das zu erlernen Was eure Generation schon von klein auf beherrscht Seid ihr bereit? Könnt ihr unsere Stimme hören? Seid ihr bereit für die nächste Generation? Seid ihr bereit? Könnt ihr unsere Stimme hören? Seid ihr bereit für die nächste Generation? Die Große Episode der nächsten Generation An euch hängt die Zukunft, das Glück der Welt Euer Erbe ist der Schlüssel zu dem Frieden, der fehlt Ausgewählt und ausgebildet von den Kriegern der Vorzeit Liegt die Hoffnung bei euch, niemand der euch was vorschreibt So auch gleich stummert in euch glückliche Kraft Nutzt diesen Vorteil, ihr habt wettlose Macht Wenn ihr das gut trainiert, was nur bei euch funktioniert Ihr müsst verhindern, dass die Erde ihren Glanz verliert Seid ihr bereit? Könnt ihr unsere Stimme hören? Seid ihr bereit für die nächste Generation? Seid ihr bereit? Könnt ihr unsere Stimme hören? Seid ihr bereit für die nächste Generation? Die Große Episode der nächsten Generation Die Große Episode der nächsten Generation An euch hängt die Zukunft, das Glück der Welt Euer Erbe ist der Schlüssel zu dem Frieden, der fehlt Ausgewählt und ausgebildet von den Kriegern der Vorzeit Liegt die Hoffnung bei euch, niemand der euch was vorschreibt So auch gleich stummert in euch glückliche Kraft Nutzt diesen Vorteil, ihr habt wettlose Macht Wenn ihr das gut trainiert, was nur bei euch funktioniert Ihr müsst verhindern, dass die Erde ihren Glanz verliert Seid ihr bereit? Könnt ihr unsere Stimme hören? Seid ihr bereit für die nächste Generation? Seid ihr bereit? Könnt ihr unsere Stimme hören? Seid ihr bereit für die nächste Generation? Seid ihr bereit? Könnt ihr unsere Stimme hören? Seid ihr bereit? Könnt ihr unsere Stimme hören? Seid ihr bereit für die nächste Generation?